Willkommen in der Metzgerei Alexander Weimar mitten in Villmar. Unsere Kunden erwartet bei uns frisches Qualitätsfleisch aus heimischer Zucht und Schlachtung, Feinkostsalate größtenteils aus eigener Herstellung, ebenso verschiedene Hausmacherschinken und Salamisorten. Außerdem bieten wir verschiedene selbstgemachte Braten- und Kochschinken, aber auch Aufschnitt- und Kochwurst wie zum Beispiel Blut- und Leberwurst. Auf Wunsch können diese Waren auch vor Ihren Augen im Atmopack zum Beispiel für Ihren Urlaub verpackt werden. In unserem Laden präsentieren wir verschiedene Präsentkörbe in jeder Preisklasse. Und nun noch ein kleiner Blick hinter die Kulissen in die Party-Service-Küche, in der auch das täglich wechselnde Mittagsmenü frisch zubereitet wird. Noch ein Blick in die Wurstküche, in der gerade Hackbraten aus dem Ofen gefahren wird. Zu jedem Fest gibt's den passenden Gaumenschmaus, den wir Ihnen in unserem Bus mit eigener Stromversorgung liefern und anrichten. Danke für Ihr Interesse. Wir freuen uns auf Sie. Ihre Metzgerei Alexander Weimer Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. viele ja. was ist Amy의 Botschaft. Danke. Vielen Dank. Jan.